Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Gaben und Show Talk. Wir warten wie immer ein paar Sekunden, damit auch ein paar Leute da sind und ein paar Leute zuschauen. Hallo, winke Hände, das gefällt mir. Meldet euch mal, wenn ihr da seid. Jawohl, sehr schön. Hallo, hallo, hallo an alle, die uns zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Es ist mittlerweile schon der vierte Talk. Jetzt kommen ganz viele Leute. Da geht mir ja das Herz auf, wenn die Zahl da oben steigt. Sehr schön. Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen unseren Talk jetzt regelmäßig, nämlich so lange, mindestens so lange, wie die Krise da andauert. Jeden Donnerstag 18 Uhr. Wir laden uns jedes Mal einen interessanten Gast ein, vielleicht auch mal zwei. Je nachdem. Heute haben wir einen. Ich warte mal noch ein bisschen auf die nächsten Leute. Können wir uns gut hören eigentlich. Ich kann ja noch mal kurz sagen, wir sind Katharina und Tino von Garde und Show. Viele dürften uns jetzt auch ein paar Mal schon gesehen haben. Ich begrüße vor allen Dingen auch die ganz, ganz herzlich, die heute zum allerersten Mal dabei sind. Sehr schön. Da seid ihr. Wunderbar. Aber natürlich auch die, muss ich auch noch dazu sagen, herzlich willkommen auch an die, die schon zum zweiten, dritten, vierten Mal eingeschaltet haben. Es ist natürlich super, dass ihr immer noch dabei seid. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir. Heute haben wir, wie ich finde, ganz persönlich für mich einen ganz besonderen Gast da. Und zwar ist das der Julian Porten. Er ist nicht nur der amtierende, sondern auch der überhaupt aller, 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 allererste deutsche Meister, der Tanzmajore. Die Rheinischen Karnevalskooperationen, die RKK, haben diese Disziplin nämlich letztes Jahr eingeführt. Und deswegen ist der Julian der Erste, der sich überhaupt deutscher Meister der Tanzmajore nennen darf bei den RKK. Julian tanzt bei dem Schweicher Karnevalverein, tanzt nicht nur Solo, sondern auch Paar und auch Show. Er hat also wahrscheinlich ganz, ganz viel zu erzählen. Wir haben auch wieder tolle Fragen bekommen von euch vorab. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und dann würde ich mal sagen, holen wir den Julian dazu. So, da ist er. Dann schauen wir mal, was passiert. Da ist er. Hallo. Das ist jetzt für uns auch total spannend, weil wir hatten sonst immer Leute, die wir schon kannten. Und wir kennen uns ja persönlich jetzt noch gar nicht. Wir haben dich zwar auch schon mal auf der Bühne gesehen und waren mir viele, viele andere natürlich auch ganz begeistert. Aber persönlich kennen wir uns noch nicht. Genau. Wir haben viele Fragen bekommen, aber erst mal würde ich dich gerne fragen, wie geht es dir eigentlich? Mir geht es soweit ganz gut. Ich bin natürlich viel zu Hause, wie die meisten anderen auch. Das Wichtigste läuft von zu Hause weiter, außer halt das Training. Aber ich denke, es geht vielen so. Die Trainingsräume sind ja alle gesperrt. Keiner kommt irgendwo rein. So gut es geht, mache ich das Training von zu Hause. Ein bisschen was kann man immer machen. Konditionstraining, Muskelaufbau, dehnen. Und das klappt schon ganz gut. Was natürlich schade ist, ist, dass jetzt halt viel abgesagt wurde. Bei uns hätte die Turniersession ja jetzt erst begonnen und die ersten Turniere wurden abgesagt. Beim BDK wurde ja alles gecancelt. Die Süddeutsche sollte ja in Trier sein. Das ist zehn Minuten vor mir weg. Die wollten wir eigentlich gucken gehen. Das ist natürlich die richtige Entscheidung, ganz klar. Aber das Tänzerherz weint schon. Ja, allerdings. Meins auch. Ich sehe schon die erste Frage. Wie alt bist du denn eigentlich, fragt Fabian? 22 bin ich im Dezember geworden. In dem Dezember geworden. Nee, da kann man nicht mehr sagen. Alles gut in April. Nein, wir haben schon. Wir haben April schon. Ich falle wieder so. Ja, genau. Ja, du hast schon gesagt, wie du mit der aktuellen Situation so umgehst. Du kannst nicht wirklich trainieren. Du kannst ein bisschen zu Hause trainieren. Und sonst so? Was machst du sonst so? Ich mache im Moment mein Abitur. Das Ganze läuft als Fernstudium. Also problemlos, auch in der jetzigen Situation, gerade von zu Hause. Ich bekomme immer alle Sachen geschickt, die ich dann durcharbeite. Und das ist gar nicht beeinflusst von dieser ganzen Corona-Krise. Das läuft problemlos weiter. Dann ist ja alles gut. Dann kannst du quasi als einer der wenigen, zumindest in dem Bereich, so weitermachen wie bisher. Genau. Perfekt. Sehr gut. Hier kommen Fragen rein. Dafür ist der Tino zuständig übrigens. Muss ich nochmal sagen, vielleicht für die Leute, die zum ersten Mal zuschauen. Also Tino ist dafür da, die Kommentare zu beobachten. Also ihr könnt wirklich ganz fleißig kommentieren und Fragen reinschreiben. Der Tino wird es dann direkt beobachten und weitergeben. Schied los. Genau. Es gibt schon mal zwei Fragen, die können wir ganz gut zusammenpassen. Wann hast du mit dem Tanzen angefangen und wie bist du zum Tanzen gekommen? Ich war ungefähr sechs Jahre alt. Und zum Tanzen bin ich gekommen über eine Freundin aus der Schule, die in dem Verein eben getanzt hat. Meine Eltern sind auch schon von ihrer Jugendzeit in dem Verein und dann habe ich mir das irgendwann mal angeguckt in der Kindertanzgruppe, fand das ganz gut und bin seitdem dabei geblieben. Klingt vernünftig, also ein ganz normaler Weg quasi. Dann irgendwann kam die Option, Paar zu tanzen und dann habe ich damit angefangen. Erstmal nicht auf Turnieren, sondern nur für Karneval halt. War da auch, ich glaube, acht Jahre alt und seitdem habe ich als Solist immer Paar getanzt. Schön. Da passt vielleicht auch die Frage ganz gut. Warst du, bevor du dann Tanzmajor wurdest, auch schon in der Garde aktiv? Also auch Garde-Gespannte? Ich habe Garde getanzt, ja, ich glaube sechs Jahre ungefähr. Aber als Tanzmajor ja erst seitdem das auf Turnieren geht. Also davor habe ich tatsächlich nie alleine auf der Bühne gestanden, sondern als Solist nur im Paartanz. Krass. Wie war das für dich, als du denn damit angefangen hast? Oh Gott, das würde ich mir ja ganz furchtbar aufregend vorstellen. Ja, sehr ungewohnt. Meine Nervosität geht vor jedem Auftritt komplett mit mir durch. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Bisher habe ich mich auch noch nicht so ganz dran gewöhnt. Es ist ganz was anderes. Aber das ist es mir wert, auch wenn ich total aufgeregt bin. Es macht super Spaß. Schön. Wie war es denn jetzt eigentlich? Also erste deutsche Meisterschaft? Wie bist du da auf die Bühne gegangen? Also es war wahrscheinlich auch sehr aufregend. Ja, es war auch ein absolutes Highlight die ganze Zeit bei meiner bisherigen Tanzzeit. Es war eigentlich von Anfang auch gar nicht so geplant. Ich wusste zwar, dass es die Kategorie geben sollte, aber wir wollten eigentlich nur mit dem Paartanz auf Turniere gehen. Und ich dachte dann, okay, tanzt du mal Paartanz? Guckst du dir das mal an, so ein Jahr? Wie ist das? Wer kommt da hin? Wie wird das bewertet? Und dann meinte aber eine von meinen Trainerinnen, warum machst du das nicht jetzt direkt? Mach es doch einfach. Guck es dir mal an. Ich stelle dir einen Tanz, kein Problem. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht, so ein paar Tage. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich keinen Grund gibt zu warten. Dann wurde der Tanz relativ schnell gestellt, innerhalb von ein paar Wochen. Und ich hatte, glaube ich, sechs Wochen Training. Und dann war auch schon das erste Turnier. Ich habe mich nicht wirklich bereit gefühlt dafür. Bin dann aber auf die Bühne gegangen. Es hat alles geklappt und war gut so. Es war ja dann am Ende auch sehr erfolgreich. Bleibst du dann dabei nächste Saison? Wahrscheinlich wird sie losgehen. Ich gehe ganz stark davon aus. Aber bleibst du dann auch dabei? Wenn sie losgeht, ja. Also mein Tanz steht schon fast. Auch da können wir im Moment nicht weitermachen. Aber wenn sie starten sollte, bin ich natürlich dabei. Schön. Mission, Titelverteidigung. Genau. Hast du schon irgendwelche anderen Eindrücke, wie sich eure Disziplin sozusagen entwickelt? Also ihr wart ja jetzt noch nicht ganz so viele, glaube ich, die in den Disziplinen getanzt haben. Aber ist das zu erwarten, dass in der neuen Saison dann noch mehr dazukommt? Ja, ich denke schon. Ich habe schon von ein paar gehört, die jetzt auch anfangen wollen. So ganz so viele waren es ja nicht am Anfang. Aber ich hoffe sehr, dass die Kategorie noch wächst. Und es wäre natürlich optimal, wenn im Endeffekt genauso viele Jungs tanzen würden, wie Mädels alleine auf der Bühne stehen. Aber ich habe, wie gesagt, schon von ein paar gehört, die jetzt anfangen wollen. Und ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich meine, ihr hattet da ja auch so ein bisschen Vorreiterrolle, sage ich mal. Erstmal ein paar, die das irgendwie ausprobiert haben und die vielleicht auch gezeigt haben, dass es gar nicht so schlimm ist, vielleicht auch als Mann oder als Junge, je nachdem wie alt man ist, alleine auf der Bühne zu stehen. Ja, von daher finde ich persönlich das ziemlich schön, dass ihr da so die Vorreiterrolle gewonnen habt. Ja, es war auch ein bisschen so eine Frage, wie mache ich das Ganze? Weil wir hatten ja nichts, auf was wir zurückblicken konnten quasi, woran wir uns orientieren konnten. Ich konnte nicht gucken, wie hat das jemand anderes letztes Jahr gemacht. Und man musste halt quasi so seinen eigenen Stil finden. Die Frage war halt auch, mache ich das jetzt wie so ein Tanzmariechen? Bin ich eher leichter, eleganter? Oder soll sich das schon ganz klar abgrenzen? Muss das mehr maskuliner sein, mehr strenger? Und da musste halt jeder so seinen eigenen Weg finden. Und da haben sich die Tänzer auch schon unterschieden, bei denen, die jetzt im ersten Jahr da waren. Und wie bist du es dann angegangen sozusagen, um das mal aufzulösen, für die, die deinen Tanz da nicht gesehen haben? Also ich würde meinen Tanzstil eher schon als leichter und eleganter beschreiben, aber ich habe versucht, das Ganze so zu mischen. Also schon, dass das auch im Kontrast zueinander steht, eher leichtere Parts. Und dann aber auch mit der Musik etwas, wo die dann etwas dominanter wurde und man schon auch etwas, wo stärkere Bewegungen dann auch drin waren. Du bist ja auch so ein bisschen Sprungkraftwunder, kann das sein? Ja, ich habe schon ein bisschen Sprungkraft. Dafür trainiere ich auch einiges. Vielleicht können wir da gleich mal, ich sage mal, so eine Fachfrage in Anführungsstrichen stellen. Hast du denn Tipps fürs Sprungkrafttraining? Wie kommt man in so einen hohen Sprungspagat rein? Da hatten wir auch Fragen bekommen, glaube ich, genau. Ja, also Frage, Sprungkrafttraining, hast du da Tipps vielleicht für die Leute, die daran üben? Also der Schlüssel zum Sprungkraft, würde ich mal sagen, sind ganz klar die Waden und die Sprunggelenke und allgemein die Beinmuskulatur, die halt schon ausgeprägt sein sollte. Da kann man viele Übungen für machen. Und ansonsten ist es halt wie bei jedem Element, immer wieder wiederholen und wiederholen, auch wenn es anstrengend wird, immer weiter springen und so gut es geht, auf der Spitze tanzen. Also sehr hoch tanzen, die Ferse sehr weit abheben vom Boden, damit diese Muskulatur einfach im Endeffekt die Sprungkraft dann hergibt. Ja, es nützt ja nichts, ne? Also um Sprungkraft zu trainieren, muss man halt springen. Ja, springen und halt ordentlich sich anstrengen, weil es ist halt nicht immer einfach und natürlich nicht immer schön, diese Muskelaufbauübungen und nicht angenehm, aber man muss halt da durch, wenn man das machen möchte. Wir machen mal weiter in den Trainingsthemen. Spagat, wo du auch noch gefragt hast, ob du Tipps für den Spagat hast. Jetzt generell als Junge hat man es, glaube ich, in dem Hüftbereich mit der Beweglichkeit ein bisschen schwieriger als die Frauen, weil man einfach von Natur aus nicht so beweglich ist. Deshalb muss man, würde ich sagen, immer ein bisschen mehr machen. Aber da würde ich auch die ganz normalen Standardübungen machen, also Krätsche ablegen, Schmetterlingssitz und ich weiß nicht, ob man das unter dem Namen kennt. Wir nennen das Ausfallschritt. Ich kann es jetzt ja nicht vormachen. Wo man dann so nach unten dehnt wahrscheinlich, ne? Ja. Also keine Geheimtipps quasi, einfach die... Ich habe keine Geheimtipps, leider. Es dauert einfach seine Zeit kontinuierlich dehnen. Man kann immer dehnen beim Essen, beim Fernsehen gucken, beim Telefonieren, beim Lernen, beim Schlafen. Soll es auch Leute geben, die das machen. Regelmäßig dehnen und immer ein bisschen steigern. Und es dauert seine Zeit. Irgendwann kommt man dahin. Also Geheimtipp, dranbleiben. Da passt die Frage, dehnst du jeden Tag? Nein. Nicht mehr. Früher, als ich kleiner war und mir die Beweglichkeit noch aufbauen musste, habe ich fast jeden Tag mich gedehnt. Mittlerweile nicht mehr. Das zieht sich jetzt so auf zwei, dreimal die Woche ganz normal im Training. Reicht ja auch, man braucht ja auch seine Pause. Genau. Regenerationsphase ist auch immer wichtig. Mindestens einen Tag Pause sollte man, denke ich, in der Woche schon haben. Ja, genau. Also zumindest, wenn man jetzt nicht gerade ein Trainingslager durchzieht, aber für das normale Training auf jeden Fall, ja. Wie oft bist du im Training, fragt Tanja? Das hängt ganz davon ab, wo ich mich so in der Session befinde. Wenn es so am Anfang ist, habe ich generell einmal die Woche Solotraining, einmal die Woche Gardetraining mit Showtanz und einmal die Woche Paartraining. Also so war es jetzt im letzten Jahr. Und wenn es dann, sag ich mal, ernster wurde, zu den Landesmeisterschaften kam, deutsche Meisterschaft, da habe ich schon Solo auch zwei, drei, manchmal sogar viermal die Woche trainiert. Ich habe es dann immer geteilt. Also an ein paar Tagen speziell nur Agro gemacht und an ein paar Tagen dann nur Tanz und Kondition. Aber das kommt immer darauf an, wo wir halt gerade dran sind. Okay, dann kann man vielleicht nochmal erklären, für die Leute, die sich nicht so bei den RKK auskennen, wie läuft da die Saison ab, Landesmeisterschaften bis hin zur deutschen Meisterschaft, wie ist das? Also man startet ganz normal mit Qualifikationsturnieren. Dann kommt es auf die Altersklasse ein, wie viele Punkte man da braucht. Bei mir sind es jetzt 43, die ich auf zwei Turnieren tanzen muss, damit ich mich für die Landesmeisterschaften qualifiziere. Und dann muss ich auf einer Landesmeisterschaft unter den ersten vier sein, um mich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Also man tanzt mindestens vier Turniere, kann natürlich auch mehr werden, je nachdem, wie man es möchte. Genau, also es gibt auch so ein dreistufiges Qualifikationssystem. Ein kleines bisschen anders als jetzt zum Beispiel beim WDK, aber schon auch so dreistufig, wie es WDK-Tänzer zum Beispiel auch kennt. Ich muss nochmal was kurz dazwischen schieben. 43 Punkte beim RKK fehlt die Null quasi dahinter. Das heißt, 50,0 ist die höchste Punktzahl. Genau. Das muss man vielleicht dazu auch nochmal sagen, wer sich da jetzt nicht mehr gut auskennt. Genau. Wenn denn die Saison dann planmäßig anläuft, deutsche Meisterschaft ist dann glaube ich November geplant. Also Ende November, Anfang Dezember war es ja beim letzten Jahr. Okay, dann gibt es noch die Frage, wie kann ich beim Flickflack nicht mit den Armen einkriegen? Oh Gott, das ist ja die absolute Fachfrage. Das ist die absolute Fachfrage und da bin ich auch glaube ich der Falsche für, weil Flickflack werde ich tatsächlich jetzt erst lernen. Ich habe beim Flickflack noch nicht viel Erfahrung. Wir wollten das jetzt eigentlich angehen, ist leider ins Wasser gefallen, weil im Moment, wie gesagt, kein Training ist. Dafür habe ich leider jetzt nicht den ultimativen Tipp. Alles gut, ich kann auch keinen Flickflack. Also von daher, ich denke mal so akrobatische Sachen ist es ohnehin schwierig zu erklären. Aber wir haben noch eine andere Frage und zwar, wie du Handstand gelernt hast und ob du Tipps hast, wie man den Handstand auch halten kann. Also wie trainierst du das? Da ist die Schultermuskulatur super wichtig. Also man sollte sich da komplett halten können. Wichtig ist, viele setzen die Hände, wenn sie den Handstand gehen, sehr weit nach vorne. Die Hände müssen aber tatsächlich quasi genau unter die Schultern gesetzt werden und dann Körperspannung, Bauchspannung und das ist alles auch eine Übungssache. Man lernt ja quasi stehen und laufen, nur eben nicht auf seinen Füßen, sondern auf den Händen und das dauert schon extrem lange, bis man den Handstand alleine stehen kann, laufen kann, damit sich drehen kann. Das ist eine Gleichgewichtssache. Körperspannung ist aber immer hilfreich bei allem. Wie bist du da vorgegangen, als du den Handstand gelernt hast? Also hast du das irgendwie schon als Kind spielerisch gelernt oder erst später, keine Ahnung, mit an die Wand schwingen oder so? Wie bist du da reingegangen, überhaupt von der Wand herangehen zu werden? Also Wand ist erstmal hilfreich, um dieses Gefühl zu kriegen, wie ist das, wenn ich auf meinen Händen stehe? Weil man muss sich ja halten können, wenn man sich nicht halten kann, braucht man das Nächste eigentlich nicht zu üben. Und dann kann man halt versuchen, immer ein Stück Abstand von der Wand zu nehmen und diesen Handstand freizumachen, dass quasi die Wand nur da ist, wenn man jetzt fallen würde, damit man dann trotzdem noch stehen bleiben kann. Vielleicht waren da ja ein paar Tipps dabei für Menschen, die auch gerne besser werden wollen. Handstand auf jeden Fall, wie immer, einfach dranbleiben. Und das hilft. Genau. Das war auch noch die Frage, wie man sich einfach überwinden kann. Gerade bei so Akrobatikelementen, da kommt es ja auch darauf an, naja, Vertrauen zu haben wahrscheinlich. Wenn du jetzt den Flickflack dann irgendwann lernst, wie gehst du da dran? Wahrscheinlich mit guter Betreuung vom Trainer, von der Trainerin. Genau. Also ich muss zugeben, ich habe auch so eine kleine Rückwärtsphobie. Also bei allem, was kopfüber nach hinten geht, redet mein Kopf immer mit mir. Willst du das wirklich machen? Du könntest dich verletzen. Denk nochmal drüber nach. Da muss man sich ganz klar überwinden. Und ich habe mal, ich glaube, das war sogar bei euch in der Zeitschrift, ich bin mir nicht ganz sicher, gelesen, dass man so ein Element mehrere tausend Male tatsächlich machen muss. Ein Blender, ja. Weil es letztendlich automatisiert ist. Und was ich immer ganz hilfreich finde, ist, wenn man seinen Körper so weit trainiert, dass man weiß, selbst wenn ich falle, ich kann mich abfangen. Ich kann mein eigenes Körpergewicht mit meinen Armen, mit meinen Muskeln halten. Das gibt extrem Sicherheit bei allem, was irgendwie nach hinten geht. Und ansonsten machen, machen und auch gerne mit sich halten lassen. Und ich würde auf jeden Fall nicht so früh von diesem Halten weggehen, damit man, weil wenn man einmal fällt, ist es immer schwierig, dann wieder reinzukommen. Es dauert halt seine Zeit. Ganz klar. Guter Tipp auf jeden Fall. Die Sachen mit dem so trainieren, dass man das eigene Körpergewicht halten kann, das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da im Kopf auch irgendwie klarer mit wird. Da können wir noch eine Frage anschließen, die wir vorher schon bekommen haben. Und zwar, wer trainiert dich denn eigentlich? Ich habe eigentlich ein Trainerteam aus drei Trainerinnen. Eine davon stellt die Choreografie und die anderen beiden arbeiten den Tanz mit mir aus. Okay. Also zwei davon sind bei uns im Verein und eine ist aus einem befreundeten Verein. Okay. Schön. Man hilft sich. Genau. Dann kommt gerade noch die Frage, wie sehen bei euch die Kostüme aus? Oder fangen wir mal bei deinem an? Hast du da spezielle Vorlieben? Eigentlich bin ich offen für alles beim Kostüm. Wir sind auch gerade im Moment ein neues am Plan. Eigentlich unterscheiden sich die Kostüme nicht so sehr, wie man es jetzt zum Beispiel beim BDK sieht. Also ganz klassisch der Hut, Dreispitz oder auch andere Hutmodelle. Und ansonsten sehr leicht, sehr flexibel. Ich hatte jetzt in meinem aktuellen Kostüm eine Pumphose an, also auch mit so Strumpfhose drunter. Und das ist bei unserem Verband eigentlich nichts, was sich jetzt stark unterscheidet vom BDK zum Beispiel. Ihr seht eigentlich auch aus wie normal, wenn ihr als Patenser auf die Bühne geht. Genau. Ja. Kann man so sagen. Was ja auch noch vorher von vielen gefragt worden ist, als Mann hat man ja dann doch immer mal so Vorurteile. Du kennst es wahrscheinlich auch. Und da war die Frage, ob du auch sowas wie Vorurteile, blöde Sprüche bis hin vielleicht im Extremfall zu Mobbing, was du da erlebt hast. Kannst du uns da mal ein bisschen teilhaben lassen? Ja, gerne. Das ist auch eine Frage, die ich sehr wichtig finde. Und ich finde, nach wie vor wird das zu wenig thematisiert. Weil es viele auch, glaube ich, abschreckt und viele sich nicht trauen. Ich hatte früher, als ich kleiner war, so zu Schulzeiten da schon Probleme mit, wo dumme Sprüche kamen oder Bemerkungen von Leuten, die mich eigentlich gar nicht kannten, die mich nur einmal kurz gesehen haben und halt gehört haben, der tanzt. Und früher war es halt so, so fünfte, sechste Klasse war es am schlimmsten, dass ich sehr unsicher war und auch schüchtern. Und mir das sehr zu Herzen genommen habe und das auf mich halt bezogen habe. Ich habe halt gedacht, was habe ich dem getan? Warum sagt der sowas? Der kennt mich gar nicht. Heute ist es anders. Das hätte ich früher nicht gedacht. Aber heute macht mir das nichts mehr. Weil ich den Fehler halt nicht mehr bei mir suche. Weil ich halt, ich denke, für viele, die keine Ahnung haben, ist es tatsächlich interessant und vielleicht auch ein bisschen verunsichern zu sehen, ein Mann tanzt in Uniform. Der kann Spagat, der zieht sein Bein hinter den Kopf und fliegt da über die Bühne. Ja, also Tipps wären einfach, man muss es halt an sich abprallen lassen. Das ist einfacher gesagt als getan. Früher konnte ich das auch nicht. Aber aufhören ist keine Option. Weil im Endeffekt macht es einen nur unglücklich, wenn man dem nachgibt und dann nicht mehr das macht, was man liebt. Und das kann ich auch nur jedem als Tipp mitgeben, der zuguckt, auch speziell an die Jungs. Wenn ihr tanzen wollt und ihr gerne tanzt, dann tanzt. Dann lasst euch von niemandem einreden, wie ihr zu sein habt oder was ihr machen solltet. Sondern hört einfach nur auf euch und tanzt, wenn Tanzen das ist, was ihr wirklich machen wollt. Ich finde es großartig. Es kommt gerade unheimlich viele Herzchen an der Seite aufgekloppt. Eine ganz, ganz, ganz tolle Message, die wir sehr, sehr gerne mit rausgeben. Was ich mich dabei aber noch fragen würde, du hast gesagt, 5. oder 6. Klasse war besonders schwierig für dich. Jetzt stehst du drüber. Aber wie hast du denn genau diese Phase irgendwie überwunden? Was oder wer hat dir dabei geholfen? Geholfen hat mir meine Familie und meine Freunde, aber auch der Verein. Wir haben dann auch offen darüber geredet mit der Trainerin, wo wir das ganz gerade thematisiert haben und gesagt haben, da gibt es im Moment Probleme. Ich war, wie gesagt, noch kleiner da. Und mir haben die Leute einfach geholfen, indem sie mir genau das eigentlich gesagt haben, was ich gerade gesagt habe und mir Rückhalt gegeben. Vor allem auch von meiner Familie, die da immer hinter mir stand und mir viel Rückhalt gegeben hat. Toll. Da gehen ganz, ganz viele Herzen raus. An alle Jungs da draußen versteckt euch nicht. Tut es eigentlich gut. Sollte irgendjemand gerade zuhören, der da Probleme hat oder sich in der Situation irgendwie wiederfindet, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Schreibt mich an. Ich kann natürlich keine Wunder vollbringen, aber vielleicht kann ich doch das eine oder andere tun. Sehr schön. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch jetzt für ein paar Jüngere auch ein Vorbild geworden als deutscher Meister. Ganz klar. Und da finde ich es großartig, dass du dieser Rolle dann auch gerecht wirst. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Genau. Wir schauen noch mal ein bisschen nach vorne auf die neue Saison. Die Frage kommt noch, was deine Ziele sind. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Titelverteidigung ist ein großes Ziel, sicherlich. Ja, das könnte ein Ziel sein. Es ist natürlich immer schwer, weil man im Endeffekt ja gejagt wird quasi. Andere wollen auch dahin. Und gejagt zu werden, ist immer einfacher als zu jagen. Aber das Ziel ist einfach, also ich möchte neue Sachen lernen, akrobatisch, tänzerisch, mich ganz klar verbessern, was auch im ersten Jahr ja schon passiert ist, wo ich einiges Neues gelernt habe. Und die Titelverteidigung steht dann, ist nicht ganz außer Acht, aber an zweiter Stelle, würde ich mal sagen. Danke. Ja, es ist halt auch schwierig, sich da irgendwie selber unter Druck zu setzen, wahrscheinlich. Genau. Was heißt, sich selber unter Druck zu setzen? Wahrscheinlich sind es vielmehr die anderen Leute, die sagen, oh, du bist deutscher Meister, du bist es ja dann wieder und so. Ja, auch. Dann kommt noch die Frage bei den Jungs, auch ganz wichtig, wie steckst du deinen Hut fest? Oh ja. Wenn es einem diese Turnierzeit oder Tanzzeit geht, lasse ich mir die Haare immer ein bisschen wachsen, so ungefähr, so lange, wie ich die jetzt habe. Und dann werden Nadeln an der Seite ins Hutband gesteckt. Und unsere Hüte kann man, ich habe einen Dreispitz, aufklappen und dann sind oben Löcher an diesem Hut, wo dann auch Nadeln reingesteckt werden, die dann an den Haaren halten. Ich brauche sehr viele Nadeln, eine Packung, zwei ungefähr, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele drin sind, aber bestimmt so 50, 60 Stück, die in meinem Hut sind, damit das Ganze auch ordentlich hält. Das ist ja furchtbar. Ist er dir schon mal abgefallen oder hilft die Methode? Nein, tatsächlich nicht. Oh, wow. Ist mir abgefallen. Mir hilft viel in dem Fall. Aber Kopfschmerzen gehören dazu. Ja, kenne ich gut. Ich bin da auch sehr empfindlich, was das Ganze angeht. Viele Grüße an die Hutfeststeckerinnen da draußen. Genau, ich habe auch immer so meine Leute, die mir dann den Hut feststecken, die dann um mich rumstehen und dann mir die Nadeln da reinhauen, ohne Rücksicht auf Schmerzen. So muss es sein. Diesen Job haben sie ja schließlich auch. Dann machen wir mal noch, wie viele Konkurrenten gibt es denn eigentlich bei den Tanzmajoren? Also wie viele haben letztes Jahr in der Turniersaison, waren da überhaupt dabei? Also es waren jetzt im ersten Jahr tatsächlich nur fünf. und ich hoffe, wie gesagt, dass es noch mehr werden, damit das Ganze noch wächst und auch interessanter noch wird. Was haben wir noch? Kam noch was? Wie der Verein heißt, das haben wir schon geklärt. Schweicher Karnevalverein, richtig? Genau. In der Nähe von Trier, das habe ich mir gemerkt vom Anfang. Ich glaube, die Frage müssen wir noch machen. Eine Userin hat noch gefragt, die dich schon mehrmals tanzen gesehen hat, wie du so eine krasse Ausstrahlung hinkommst. Ausstrahlung ist so ein Thema für sich. Also ich denke, da trägt man einfach was nach außen, was man fühlt. Und wenn es Spaß macht und man merkt, man kann Leute damit erreichen, dann kommt diese Ausstrahlung von selbst. Wichtig ist auch immer die Kondition, dass man natürlich nicht da steht und halb erstickt und man einem das dann im Gesicht ansieht, sondern dass es einen schönen, leichten Blick gibt. Aber im Endeffekt lache ich einfach, weil es mir Spaß macht und weil es ein tolles Gefühl ist, auf der Bühne zu stehen und ich das nach außen trage. Hast du das auch irgendwie so vorm Spiegel, das klingt jetzt bescheuert, aber hast du das so vorm Spiegel auch so geübt oder kommt das einfach aus dir raus? Ich habe das auch teilweise vorm Spiegel geübt, nicht allzu viel, weil sonst sieht es zu einstudiert aus, aber man kann sich natürlich ganz alleine vorm Spiegel stellen und mal gucken, wie sieht das aus, wenn ich lache, sieht das natürlich aus oder sieht das eher gekünstelt aus, weil man muss ja quasi schon auf Knopfdruck dann anfangen zu strahlen. Vorm Spiegel habe ich das auch geübt, ja. Was hatten wir noch? Ach ja, das fand ich auch noch total interessant. Es hatte jemand vorab gefragt, wenn es denn im WDK diese Disziplin gäbe, beziehungsweise die wird ja jetzt auch wohl eingeführt, würdest du dann auch WDK tanzen oder würdest du auf jeden Fall sagen, ich bleibe jetzt bei den RK? Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich gar nicht so spontan beantworten kann. Ich würde es nicht komplett verneinen, aber es ist schon eine andere Sache, dann nochmal in dem Verband zu tanzen und man kann ja tatsächlich, soweit ich weiß, nur in einem tanzen. Also ich kann nicht RKK und BDK gleichzeitig tanzen. Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen, aber direkt jetzt ja oder nein sagen kann ich dann nicht. Genau, also du kannst, soweit ich das weiß, kannst du zwar rein theoretisch an Qualiturnieren teilnehmen, wo du möchtest, in welchem Verband du möchtest, aber du kannst dich dann nicht für die Deutsche Masse schon interessieren. Das ist dann eben so das Kleine. Man kann dir ja keiner verbieten, an welchem Qualiturnier du teilnimmst, aber die Qualifikation ist dann eben nicht möglich. Ja, es ist schon ganz schön spät geworden. Die Leute hatten unfassbar viele Fragen. Vielleicht noch die letzte Sache, die wir noch nicht geklärt haben. Hattest du schon mal irgendwie schlimmere Verletzungen? Tatsächlich nicht. Also ich tanze jetzt 15, 16 Jahre und das Schlimmste, was ich hatte, war, dass ich mit dem linken Fuß umgeknickt bin, zweimal. Das ist soweit wieder gut. Und das, also schlimmere Sachen hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie irgendwas gebrochen oder verstaubt oder, ne. Sehr gut. Dann toi, 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 dass es so bleibt. Genau. Danke. Gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist jetzt doch eigentlich alles ein bisschen länger geworden. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank auch für die Message, die du losgeworden bist. und dann wünschen wir dir und uns allen, dass die RKK-Saison dann auch bald losgehen kann. Und ja, alles Gute, viel Erfolg für die kommende Saison. Vielen Dank. Danke, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, ihr lieben Menschen, wir haben noch etwas und zwar wollten wir euch verraten, wer der Fan am Sonntag ist. Click2Dance heißt ja unsere große Aktion mit DanceFit zusammen. Da machen wir die Talks am Donnerstag. Da machen wir die Workouts jetzt ganz neu am Dienstag, wo ihr euch einfach quasi mit ins Wohnzimmer stellen könnt und einfach mitmachen könnt, so ein bisschen als, naja, Trainingsersatz und halt einfach, um was zu tun, um dran zu bleiben. Und dann am Sonntag die großen, großen Workshops mit einem Dozenten und hinterher Talk. Also wir werden es dieses Mal so machen, dass ihr schön mitmachen könnt und dass wir eure Fragen hinterher klären, damit ihr nicht zwischendurch ans Handy gehen müsst und Fragen stellen müsst. So, und jetzt sage ich euch auch, wer der Dozent am Sonntag ist. Und zwar ist das der Fritz, Fritz Werner. Viele von euch dürften ihn kennen. Er ist ein begnadeter Schautanztrainer gewesen, hat ganz, ganz tolle Schautänze gemacht. Genau. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr da wieder dabei seid. Tschüss. Bis dann. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Tag wieder einschaltet. Nächsten Donnerstag, 18 Uhr, sind wir wieder für euch da. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.